Hallo Leute, eigentlich war heute ein ganz anderes Video geplant, aber das war so ein abnormaler Fail, dass ich jetzt notgedrungen nochmal gedacht habe, ne ich drehe jetzt ein neues, weil das war, das konnte ich echt nicht hochladen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt meine Lieblingslippenstiftprodukte, nicht Lippenstiftprodukte, sondern Lippenprodukte, da sind natürlich Lippenstifte und Lipglosse und Lip Liner und so ein Kram, alles dabei. Es ist alles im bezahlbaren Bereich, das heißt Drogerie, das heißt es werden jetzt keine High End Sachen dabei sein und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Fangen wir mal zuerst bei meinem Lieblingslippenstift an und zwar ist der von Trended Up in der Farbe 470 Matt und das ist so eine schöne Farbe. Ich liebe solche Mauve Töne. Hier seht ihr das Ganze dann nochmal in der Nahaufnahme und es ist einfach eine super tolle Farbe und ich muss auch sagen, dass die echt gut halten und ich mag besonders die matten Lippenstifte von Trended Up übelst gerne. Also ich finde die wirklich super gut. Als nächstes habe ich ein Produkt, das ihr nur im Internet kriegt und zwar ist das ein Lipgloss, den ich mir auf Amazon bestellt habe. Der war super günstig, hat irgendwie 2 Euro oder so gekostet und zwar ist das so eine Lip Cream und das hat ein total mattes Finish, hält richtig, richtig gut, kommt allerdings aus Asien, das heißt der Versand dauert eine Weile, aber ich verlinke euch das auch gerne mal in die Infobox. Ich mag es total gerne, der Geruch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also es ist stark parfümiert, aber voll nice. Dann kommen wir mal zu den Produkten, die ich gerade drauf habe und zwar habe ich einen Lip Liner und einen Lippenstift drauf. Der Lip Liner ist die Farbe 400, übrigens beides von Trended Up und der Lippenstift ist von den Everlast Lipsticks, die sind übrigens in der neuen Theke auch neu. Die Farbe 010 und beides wunderschöne Farben, kann ich wirklich empfehlen, passen auch super gut zusammen und das ist gerade so mein Duo und die halten wirklich mega gut. Also ich muss echt sagen, dass auch diese Everlasting Lipsticks wirklich mega, mega gut halten. Als nächstes habe ich den Ultra Nude Matt Pen, die gibt es auch in glänzend, aber ich finde die Matten einfach nochmal ein bisschen cooler, so ein bisschen edgy. Also gerade ist Matt ja sowieso in, von dem her. Und zwar ist das die dunkelste Farbe 030 Matt. Das sind eigentlich so Nude Farben, aber dadurch, dass ich so weiß bin, ist das bei mir schon ein vollwertiger Lippenstift und fällt bei mir schon sehr stark auf. Also für mich ist das kein Nude, aber für mich ist es trotzdem eine sehr schöne Farbe und ich bin total begeistert von diesem Stift. Dann machen wir weiter mit einem Produkt von NYX. Gibt es da mittlerweile auch in der Drogerie bzw. im DM auf jeden Fall. Und zwar ist das ein Buttercloss. Ich finde die super gut, weil die einfach nicht so, in der Pfalz sagt man immer so beppig sind, also die kleben nicht so. Und der gibt trotzdem richtig schön viel Farbe ab. Und zwar habe ich hier von die Farbe BLG 04 und ich liebe diese Farbe. Es ist schon so ein bisschen Barbie-mäßig, aber es ist so, ich weiß nicht, den kann man einfach immer drauf machen und es sieht einfach cool aus. Dann sind wir schon bei den zwei letzten Produkten von diesem Ich-Liebe-diese-Sachen-auf-den-Lippen. Und zwar einmal mein absoluter Lieblings-Lipcloss neben dem Buttercloss hier, ist auch von Trended Up ein Oil-Infusion-Lipcloss. Die glänzen, der Buttercloss übrigens auch, und die riechen aber voll nach Karamell. Also das ist richtig geil. Ihr müsst unbedingt mal da dran riechen. Und die geben auch wieder schön ein bisschen Farbe ab. Nicht zu viel, aber geben schon auf jeden Fall ein bisschen Farbe auf die Lippen. Das hier ist die Farbe 020 und das sieht jetzt vielleicht knalliger aus, als es ist, aber es sieht auf den Lippen einfach wunderschön aus. Und die kleben auch nicht. Also ich bin wirklich super zufrieden mit denen. Ich habe sogar teilweise das Gefühl, die pflegen nochmal so ein bisschen. Also die trage ich sehr, sehr gerne im Alltag. Dann habe ich noch ein Produkt von Trended Up. Ihr seht, das Ganze ist etwas Trended Up-lastig, weil ich ja auf den letzten zwei Events von Trended Up war und demnach auch sehr viele Produkte von Trended Up habe. Ich bin wirklich überzeugt von den Sachen. Und zwar ist das hier einmal Color & Butter Lipstick Pen. Und das ist so eine braune Farbe. Und ich muss auch sagen, die färben nicht so arg, aber die sind so ganz butterig, weich und den kann man so rausdrehen. Und das hier ist die Farbe 040 und den finde ich auch total gut, um einfach so einen Make-Up-Look so ein bisschen abzurunden. Ja, es gibt nochmal so einen leicht braunen Film auf den Lippen quasi und fühlt sich auch total angenehm an. Und das war es schon mit meinen Lieblingslippenprodukten aus der Drogerie. Wenn ihr öfter mal so Videos sehen wollt, zum Beispiel meine Lieblingslidschatten oder meine Lieblingsblushes oder sowas, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von mir generell sehen wollt, dann abonniert mich hier auf meinem Channel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!